Wie du ganz einfach deinen YouTube Kanal Namen ändern kannst das zeige ich dir in diesem Video und wir starten wie immer nach dem Intro also bleib jetzt dran. Ich bin jetzt hier auf Google und das erste was wichtig ist du musst bei deinem Account eingeloggt sein. Das siehst du hier oben in dem hier das Bild aufrecht ist rechts im Mac also du musst mal bei deinem Google und gleichzeitig YouTube Account eingeloggt sein und jetzt gehe ich als erstes auf YouTube.com bei YouTube angekommen siehst du dann gleichzeitig auch hier drüben dass das Bild sichtbar ist mein Profilbild und da klickst du jetzt ganz einfach drauf. Dann öffnet sich hier das Menü und alles was du jetzt machst das ist du gehst hier auf mein Kanal und jetzt bin ich hier auf meinem Kanal und hier hast du jetzt diese drei Buttons Kanal anpassen Videos verwalten und so eine App die ich installiert habe aber alles was du jetzt machen musst das ist du klickst hier auf Kanal anpassen. Dann öffnet sich hier das Creator Studio und hier hast du diese drei Optionen Layout Branding und allgemeine Informationen und wir klicken jetzt hier auf allgemeine Informationen. Dann öffnet sich das jetzt gleich und hier hast du schon die Option Kanal Name und Beschreibung da kannst du auch runter scrollen und wir gehen jetzt hier einfach auf Kanal Name auf diesen Stift und hier kannst du bereits deinen Kanal Namen ändern und Achtung das ändert auch den Namen deines Google Kontos. Also du siehst hier mein Kanal hier steht Benjamin Bible das ist genau das was hier steht hier habe ich die Möglichkeit rein zu klicken und das zu ändern. Und wenn du runter scrollst dann hast du auch hier die Kanal URL und du kannst hier eine benutzerdefinierte URL für deinen Kanal festlegen. Da klicke ich jetzt drauf und du siehst jetzt hier schon meine festgelegte URL ist youtube.com cbiblebenjamin und das habe ich schon angelegt und hier hast du dann die Möglichkeiten eine benutzerdefinierte URL auch noch anzulegen und zu speichern. Der Grund warum du das tun solltest das ist dass die Standard URL hier diese lange wurscht ist sage ich jetzt mal wie wir in Österreich sagen und das kann sich niemand merken wenn du in Zukunft jemanden auf deinen YouTube Kanal senden möchtest dann schlage ich dir eben vor so eine benutzerdefinierte URL anzulegen das ist dann ganz einfach mit youtube.com und dann der Name und dann ist das festgelegt und alles was du dann noch tun musst ist auf veröffentlichen zu klicken. Das war es schon zu diesem kurzen Video wenn es dir gefallen hat oder wenn es hilfreich war würde ich mich über ein gefällt mir freuen hinterlasse mir auch gerne einen Kommentar und abonniere meinen Kanal und betätige die Glocke für meine weiteren Updates und gleichzeitig kannst du dir noch für 0 Euro meinen Report herunterladen die 55 Video Ideen dann hast du bei deinem YouTube Kanal nie wieder ein Problem dass dir die Ideen für neue Videos ausgehen kannst du dir unter dem Video wie gesagt für 0 Euro downloaden kannst du gerne machen das war's wir sehen uns im nächsten Video